Musik Eins, zwei, drei, eins, so. Jetzt zeigt uns Georgina einen ganz, ganz schönen Rentschner. Gucken Sie mal das tolle Teil an. Ein Ausleger. Na, habe ich zu viel versprochen? Wunderbar. Bravo. Sie macht einen Sternspagat. Sie macht jetzt einen Durchgucker. Sie macht einen Haspagat. Und jetzt machen Sie wieder was Gemeinsames. Wunderbar. Ein witziges Teil, nicht? Das war ein Spiegelbild war das. Jetzt baut uns Georgina nochmal die Stützen auf. Jetzt macht sie einen Fesselbuben aus Stützen. Sie macht jetzt auf die Stützen einen abhängen. Sie macht jetzt ein Aussegel. So, jetzt Augenblick mal bitte. Jetzt zeige ich Ihnen Georgina etwas einmaliges in Deutschland. Wenn es klappt, haben wir Glück gehabt, aber es ist noch im Training. Das erfordert sehr viel Kraft in den Schultern. Jetzt wird es sehr lustig. Passen Sie mal auf, was jetzt für einen Teil kommt. Das war schön, ja? Und wieder hochkommende Damen und ganz zum Schluss zeigt uns die Georgina etwas auf diesem herrlichen Gerät. Das ist eine Rätschel. Sie macht jetzt einen Handstandgattraum. Das war die Vorstellung von Georgina und Tatjana. Das hat uns viel Spaß gemacht bei Ihnen. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Auf Wiederschauen und viel Spaß noch mit Tschubi. Die Hamburger Scho-Stärchen finden ein großes Weihnachtsfest. Ich kriege was richtig Schönes zu trinken. Da werden wir auch hier einmal an anstoßen. Also vielen Dank noch einmal. Ein schönes Fest und auf Wiedersehen. Ein schönes Fest und auf Wiedersehen.